Und dann heißt es in Vers 4, er beantwortete und sprach, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. Also Jesus antwortet wie auf den Teufel, mit Gottes Wort. Jesus Christus ist das Wort. Ja, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Natürlich antwortet Jesus Christus perfekt mit Gottes Wort. Er lässt sich nicht verführen zur Sinne. Genauso sollten auch wir auf Versuchungen reagieren, dass wir eben mit Gottes Wort antworten. Aber dazu müssen wir eben Gottes Wort kennen. Und wir brauchen jedes Wort Gottes. Denn es heißt hier, dass der Mensch eben nicht vom Brot allein lebt, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. Also wenn wir leben von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht, dann brauchen wir auch eine Bibel, die wirklich jedes Wort Gottes enthält. Und das ist aber heutzutage nicht unbedingt der Fall, denn es gibt falsche, korrupte Bibelübersetzungen, wie zum Beispiel die schlechte Nachricht, die Hoffnung für niemanden und wie sie alle heißen, N-G-Ü, N-E-Ü. Ja, liest eine richtige Bibelübersetzung. Lies nicht diese Fälschung, die Bibelferse weglassen, Bibelferse verdrehen, sondern liest die Schlachter 2000 am besten. Das ist die derzeit beste deutsche Bibelübersetzung. Damit bist du auf der sicheren Seite.